Wahrscheinlich wird es immer Kopfschülter verteilen mit dem Ende. Oh, oh. Gar nicht gut. Das ist jetzt wirklich nicht gut. Da kommt ein Manikin mit... Ich hab hier Dynamit hinterlegt, ne? Oh, keine Ammo mehr. Nur noch Pistole. Oh, ey. Oh, wie gut hat jetzt 20 Schuss gefunden, oder? Ich auch. Sehr schön. So. Äh, was macht der denn hier? Komm mal her. Ich glaub, wir haben sowas vergessen. Ne, ne, ne. Kannst du erschießen, die Jungs. Die Jungs hier. Das sind die, die du gerade gehört hast. Oder die Timo gehört hat. Tatsächlich. Ja, das meine ich ja. Was? Die Typen hier. Was waren die hier? Na, Timo hat doch gerade gesagt, da sind noch welcher... ...überlebende. Na, die hat da rumgebrannt. Genau. Puh. Guck mal hier. Thompson nehm ich mal lieber. Ich hab ne Schotty. So schön. Ihr hier Pistolen gesehen? Außer die da um den Tisch? Ne. Ach, let's go. Und hier ist, ist das noch ne Mosi. Oh. Deswegen auch die Schotflinte. Deswegen auch die Schotflinte. Da schießt die. Also wir stehen auf? Ja, ja. Ja, jetzt hab ich so ne schwule Luga genommen. Alter, ich gehst ja wieder mit Zombie-Party am Berg, ey. Wir müssen jetzt wieder hier hinten so lang und dann wieder... Wer hat denn das Tor aufgeschossen? Das war die Granate, sorry. 11 für einen Granatenkill. 8 für einen Granatenkill. Hier gibt bestimmt Munition, falls man was braucht. Der Landmine ist ... Ich bin jetzt auch nur noch unbestimmig. Ei... Uh, 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 ja, da kann man nicht auf der Wand. Ht euch, hit euch. Geh ab zurück in den Gang. so ach dafür habe ich meine normale waffe weggenommen ja toll ich verschwinden ich dachte ich habe unsere luft ist immer noch der kack sniper jetzt habe ich ihn aus der luft geschossen habe ich ihn jetzt geschossen kopfschuss ich habe vorher getroffen leu das level macht spaß das hat mir auch nicht mehr gestört da da Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Schleifend Vz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Flagge Untertitelung des ZDF für funk, 2017 pump kann ohne money die hier vorne lag automatisch eingesammelt aber kannst ja einpacken und dann später sammeln 6 schuss da fliegt ihm wohl der Hut weg aber die schluss weiter als hier waren wir noch nicht sicher obwohl doch doch hier war das und sind noch ein paar werden auf den grad gewartet ich habe den gesehen oder ich wollte er auch zuerst auf den schießen den büder gekillt hat dann habe ich ihn sehen dass da hinten immer einer läuft so reload hier an der kiste und den gehen wir da der wartet hier gleich vor der tür dafür hier wird eine shotgun ja oder tor hätte auch jemanden erschlagen können wenn wir das jetzt aufgesprungen da kommen wieder hat wer ganaten kann hat das raus okay die kuppeln auf sein kopf wir drei in der zombie apokalypse sind wir überleben richtig aber auch jeden survivor wir spielen ja schon elite das heißt wir brauchen alle nur ein sniper gewehr der pump gun ein paar ganaden ein bisschen sprengstoff klick 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 so einen m107 mit so einem trommelmagazin unten dran so 1000 schuss drei für ein bist mein breit wixer du da ist er denn wenn wir da mal drauf schießen nein also kannst du gerne machen wenn du irgendwie weg das ist für die leiche weggeflogen also habt ihr das gesehen ja lag immer noch hier irgendwo oh guck mal komm mal zurück hier oben nachher ja wir können aber auch hier hochlaufen und dann können wir von oben runterschießen ok ok das geht auch die lichte panzerfaust ne nicht das was sie gleich wieder brauchen bestimmt nicht und keine haben wir brauchen keine panzerfaust wir brauchen keine panzerfaust wir sind zu gut b kasse kasse l in tix ja das kass 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 sch kass Die Hakenkreuze auf den Helmen, die an sowas gedacht haben, ne? Wer war denn eigentlich dieser Simtex? Keine Ahnung. War das das jetzt hier alles, oder was? Nein, Scheiße. Ne, der Mann hört noch auf, auf jeden Fall noch was. Oh, der Tür rennt noch einer rum. Ja. Simtex, lieber Simtex. Humblebumble gibt's immer wieder was Neues. Humblebundle. Warte hin. Ein Spiel. Ey. Bastion. Keine Ahnung, was das ist. Da kommen ja wohl noch 1,2004 Millionen. Oh Gott, ich komm wieder rein. Die Tür hast du da? Ja. Nein. Ich leg's an der Stolpermine hin, Marc. Mach ich grad. Ey, Gas. Weg hier. Ihr Schweine. er muss alle könnte man ein bisschen hilfe an der treppe gebrochen immer noch wir haben achtung leute der läufer die treppe unterrollt sind wir kommen noch viel mehr herr was jetzt explodiert ach der sniper er schießt auf mich schießt du einmal was noch nicht er weiß Ich wollte ihn gerade Ab dann? Ja Rausend bin ich noch nie, glaube ich Doch, na klar, guck mal, da ist doch der Bunker Ich war schon draußen, ich bin aber direkt wieder reingekommen So und in den Bunker waren wir, glaube ich, nach drüben und haben Munition geholt Genau Oh, Attenboden Ich bin der Bunker 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 Ich bin der Bunker